Und damit herzlich willkommen zurück zu Digimon Survive! Wir sind ja zuletzt im Freizeitpark stehen geblieben und ich glaube, also ich habe den Gedanken, dass uns ein Bossfight bevorsteht. Was? Wieso bewegt sich in dem Screen nur eine einzige Figur? Es bewegen sich doch alle in dem Screen. Oder? Bewegen sich alle so ein bisschen. Oder habe ich was verpasst? Egal. Ich habe keine Ahnung. Also die bewegen sich alle so ein bisschen, Nili. Oder du hast irgendwas gesehen, was ich hier nicht gesehen habe. Egal. Für die Zuschauer auf YouTube fällt vielleicht auf, die gerade vielleicht das Video nach dem anderen geschaut haben. Ihr habt ja nicht so viel Zeit zwischen den einzelnen Parts wie wir, zwischen den Streams. Ich habe ein bisschen was an dem Mikro verändert. Was bedeutet, ich habe ein paar Filter draufgeschmissen. Rauschentfernung, Equalizer, hast du nicht gesehen. Man könnte einen Unterschied hören. Ob das jetzt so final ist, schauen wir mal. Das ist heute ein Test. Bisher klingt es eigentlich ganz solide. Und wir schauen jetzt einfach mal, wohin uns der Weg führt. Sowohl vom Mikrofon, als auch vom Spiel. Also rein in den Veranstaltungsraum. Was eine offene Fläche ist und kein Raum. Und es war Garurumon. Das ist schon mal eine sehr schöne Eröffnung. Hallo Garurumon. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Das sind die Angreifer. Garurumon passt sehr gut als Bösewicht, muss ich sagen. Was ist das, die? Die Metzke, das ist wirklich egal. Liebesattacke. Was? Warte mal, bevor wir weitermachen. Ich kann ja... Es ist total unsinnig, jetzt Items zu verwenden. Ich möchte aber dieses Item jetzt nutzen, bevor ich es wieder vergesse. Ich nehme mal kurz die Spannung raus. Das war, glaube ich, die spirituelle Rune, ne? So. Die kann ich nicht nutzen. Fuck. Kann ich die auf Digimon direkt benutzen? Moment. Allt, stopp. Gib mal eine Sekunde. Ach, so ging das. Ich würde nämlich gerne, wenn wir gleich zum Kampf kommen, werden wir wahrscheinlich Ergelmon mit reinnehmen, ne? Weil die Story... Die Story Digimon entwickeln sich ja über die Story. Warte mal, Birdramon ist... Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Warum ist Birdramon hier... Was? Das kann sich nicht zurückentwickeln. Lol. Ah, da verbrauche ich was anderes. Blumeramon. Lol. Gadromon. Crowmon. Lol. Das kann sich gar nicht zu Biomon zurückentwickeln. Ich habe schon irgendwie sowas dabei gedacht, ne? Aber ja, gut, okay. Ich will ja nicht zu viel Spannung rausnehmen. Ich werde Gmon jetzt benutzen mit der spirituellen Rune, dass es zu Grollmon digitieren kann. Oh. Ah. Oh. Ach so. Ich dachte, man schaltet das nur frei. Ach, es bleibt auf dem Level. Okay, da bin ich ja noch interessierter. Gut, schauen wir gleich mal im Kampf. Vielleicht können wir Grollmon ja mitnehmen. Das wäre fancy. Ach, scheiße. Okay. Der große, böser Voll. Ich puste. Und ich puste. Toll, dass er Matt verschnitt. Garurumon attackiert. Alles klar. Also ich muss das jetzt nochmal an dieser Stelle erwähnen. Das habe ich gerade, ähm, vor dem Start, ähm, des Highlights erwähnt. Ähm, im Stream schon. Ich bin vor dem Storywriting sehr angetan. Ich mag es sehr. Ähm, und, was ich jetzt nochmal sagen muss, ich mag das Writing der Charaktere. Jeder Charaktere, ich meine, ja, wir haben bei den Kindern so Verschnitte, ähm, Charakterpersönlichkeiten, die haben wir schon in anderen Digimon-Staffeln gesehen. Die wiederholen sich in Animes. Klar, das sind so diese Grundtypen. Die bleiben auch. Aber auch dieser, 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 dieser Antagonisten-Stil von Garurumon. Mag ich sehr. Ist eine tolle Persönlichkeit und ist toll geschrieben. Falcomon ist die größte Bedrohung. Okay. Garurumon hat Falcomon einfach angesprochen. Ich finde, das Fies Garurumon sieht viel, äh, viel zu flauschig aus, um es als Gegner zu betrachten. Ich will das knuddeln. Du musst aber zugeben, dass seine Gesichtsmimik schon sehr, sehr böse wirkt. Auch schon damals in den Animes. Also Garurumon kann durchaus, also klar, kann ich verstehen mit dem Knuddeln und dem Flauschig sein. Aber er sieht schon sehr böse aus. Sag mal, Chuchi, du sagst die ganze Zeit, das Lobbon? Useless ist, es nichts kann. Und jetzt willst du, dass es... Und jetzt hilfst du nicht? Willst du mich verarschen? Ich trete dir gleich sowas von ins Gesicht. Das kannst du mir glauben. I'm a simple hippo. I see fell. I want the flausch. Kannst du mal ein bisschen mehr an deinen Digimon-Partner glauben, du kleines Arschler. Niemand. Niemand. Liebesattacke. Gakidomo. Boah, das ist der... Okay, ohne Spaß. Ich meine, das kennen wir auch als Digimon Adventure. aber was ich jetzt zum beispiel überlegen würde zu schreiben wäre monster eben benutzt hat wirklich seine liebesattacke was komisch werfen bösewichten um die kinder zu hypnotisieren und sie von ihren die geboren partnern zu trennen das wäre funny das würde einen ganz anderen twist in diese geschichte reinbringen dass sie glaube das was auf writing ich schreibe jetzt die diese digimon story weiter monster emon benutzt eine liebesattacke um die kinder quasi zu hypnotisieren sie gehen gleich k.o. sie wachen auf in der menschenwelt und ihnen wird vorgegaukelt sie werden wieder zurück und alles wenn nur ein böser traum gewesen natürlich merkwürdig dass alle den gleichen traum hatten und dann müssen sie aus dieser fähig menschenwelt wieder herauskommen so pass auf gucken ob ich zukünftig bestätigt wie spielestudios geschichten schreibe ich finde meine story gut und falls ihr für den zweiten teil eine geschichte brauche besser als alles was jetzt noch kommen könnte und dann Ich werde dich aufwarten. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich werde dich da! Ich werde dich aufwarten. Okay, die Muschel wird gleich digitieren Wir nehmen den langweiligen Pfad Anstatt eine spannende Geschichte zu erleben Wie sie in dieser Fake-Menschenwelt sind Werden wir die langweilige Geschichte erfahren Indem das Digimon von ihr gleich einfach digitiert Okay Für meine Story gut Ich möchte jetzt meine Story spielen, Manu Jetzt habe ich mich selber voll gehypt Uh oh Was? Also herzlich willkommen zu, wir haben wieder sehr lange Dialoge, obwohl wir eigentlich keine Zeit für Dialoge haben. Aber das haben wir ja schon kritisiert am Storywriting, das letzte Mal. Wir haben keine Zeit, aber wir diskutieren eine halbe Stunde. Dass keiner jemand mal am Arm packt. Ja, dass man sie nicht einfach mitzieht. Du kommst jetzt mit! Na guck mal, hätte man nicht gesprochen, sondern wäre gelaufen, wäre man schon ein Stückchen weiter. Ich kann nicht mehr, was du? Hm, nur ein wenigstens nachvollziehen, als wäre das so etwas Ahnung. Wie ist das, du? Ich kann nicht mehr, was du? Ich kann nicht mehr, Miu-Miu, was du? Du hast mir auch schon gesagt, Aoi. Also, du kannst mir das. Ich bin mir! Soll ich alle so zitterst. Pathetic. Ich weiß nicht, was ich? Mein Ziel ist, dass die Menschen mit einem Menschen verabschieden. Ich weiß nicht, dass ich einen Schmuck mit einem Schmuck. Garurumon? Werden? 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 Ich weiß nicht, aber... Ich habe so das Gefühl, Garurumon ist jemand, den man überzeugen könnte, für die andere Seite zu kämpfen. Schauen wir mal. Ich bin aber ein Mensch, der den gleich in die Fresse haut. Diesmal haue ich dir aber wirklich in die Fresse. Das kannst du mir glauben. Ich wollte ihn nicht unterdrücken. Ich wollte ihn nicht unterbrechen. Entschuldigung. Ich habe wieder einen schnellen Finger heute. Mummsekt? Wir kämpfen doch. Okay. Hallo, herzlich willkommen zum langen YouTube-Part mal wieder zu einem Bossfight. Wir kommen wohl nicht um einen Kampf herum, aber die beiden sind verdammt stark. Wenn ich doch nur etwas sagen könnte, um unsere Partner zu beflügeln. Du bist erledigt. Du bist erledigt. Er ist ein furchteidflößender Gegner, aber... Es wird schon schief gehen. What could possibly go wrong? Ich finde meine Story... Meine Story immer noch rot. Ich sollte mal wieder Pen-and-Paper-Abenteuer schreiben. Wieso ist Monster Emon da hinten so im Dunkeln? Warum hat es rote Augen? Ja, die Muschel digitiert heute. Okay, alles klar. Dein Bruder ist dir gar nicht egal. Erwischt. Aber... Wenn man so etwas interessantes passiert und dann doch nur einen Kampf bringt. Ja, vor allem bei dem, was ich mir vorgesponnen habe, wäre halt, du teest einen Kampf an, der kommt aber nicht. Stattdessen kommt halt ein psychologischer Kampf und am Ende davon, wenn sie sich befreit haben, kommt der Kampf. Naja. Wie gesagt, ich muss mal wieder wirklich... Ich muss mal wirklich aktiv Pen-and-Paper-Abenteuer schreiben. Ich habe ein paar Ideen im Kopf. Nicht, dass das vielleicht in ein Pen-and-Paper reinrutschen könnte, was ich gerade gesagt habe. Aber dann wirklich Abenteuer schreiben, Gruppe finden, spielen. Das wäre geil. Habe ich mal wieder richtig Bock drauf. DNA-Digitation zu... Moment. Äh, Leute, ich habe einen ganz großen Fehler gerade. Luftschuss! Tragisches Feuer. Das war klar. Man muss ihr ja mal ein bisschen Futter geben, damit sie und ihr Digimon halt mal ein bisschen Power kriegen, damit sie mal digitieren. Geh. dicke. Und das ist wie ich älter damit festgelegt. Und da ist ja alle, dass wir dieacybarten Menschen richtig zu schauen wollen. Aber wir können nichts anderes amer дом hängen. Kiezen. Kiezen. Stand up! Rise! In Faikarurumon. Lass dich, ihr Schneckenmuschel digitiert zu! Moment. Das ist ja alles nichts ohne passende Untermalungen, die man auf YouTube eh nicht hört. Hahaha. Muss man das wirklich demnächst mal, äh... Warte, wie hieß der Song noch? Scheiße. Äh... Moment, wie hieß denn der Song? Ja. 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 Es macht Sinn, dass die Muschel zu Shellmon digitiert. Bin ich ehrlich. Es macht schon Sinn. Falcomon ist halt super stark. Das stimmt schon. Aber ein Heiler wäre auch nicht unangebracht. Welches Level ist denn Shellmon? 16. Welches Level Floramon bräuchte auch noch Level. Nimm mal Falcomon mit. Wo kommt Grormon auf einmal her? Ich habe bloß nicht auf den Namen. Ja gut, okay. Es macht Sinn. Weird, dass es ein Shellmon ist, was innerhalb der Gruppe ist. Aber Sturmangriff. Okay. Wo kommt das Togemon her? What? Moment, wo kommt das Togemon auf einmal her? Okay. Scheiße. Wir hätten eine Heilerin mitnehmen müssen. Ähm. Was machen wir? Digitieren. In erster Linie. Okay. Wir digitieren in erster Linie. Und dann... Ich habe mir immer noch gemerkt, wer gegen was effektiv ist. Aber Feuer gegen Togemon wäre sinnig, ne? So, Graulmon. Das ist auch Feuer. Wir könnten uns erstmal auf Togemon konzentrieren. Jetzt von vorne, okay. Aber... Machen wir lieber so. Wasser kannst du, Shellmon. Wasserwerfer. Ne, das war doof. Wenn wir schon angreifen, dann von der Seite. Es macht nicht so viel dafür. Schlägt gleich Garugumor nur voller Kraft zu, ne? Physische Verteidigung erhöhen. Ja. Machen wir mal auf Shellmon selber. Sicher ist sicher. So, beenden. So, ihn können wir ja auch entwickeln. Zu dem Wolf. Das hat man von vornherein schon. Ahu. Motherfucker. Da komm, den schmeißen wir. Wir lassen Monster Emon aber drüben erstmal Monster Emon sein. Es macht nicht so viel, ne? Heilt sich. Cool. Äh, das war physischen Angriff erhöhen. Argumon ist noch dran. Das heißt, Argumon wird ein bisschen stärker gemacht. Denn der müsste... Genau, der ist jetzt dran. Also, Gott sei Dank. Drüben beim Monster Emon, ne? So. Argumon digitieren wir. Er hat einen Angriffsboost. Was bedeutet, dass es jetzt auf die Mütze gibt. Ja, kann halt leider nicht zu seiner Seite gehen. Deswegen müssen wir es von vorne machen. Leider. So gern ich das auch anders hätte. So, und wir... ...boosten mal da vorne unseren Drachen auch mal hoch. ...geflügeltes Ogoia von Ra oder so. Ja, die sollen jetzt mal rüberkommen. Obwohl Monster Emon kann sich weit bewegen, ne? So, wir machen jetzt erst mal Schluss mit... ...Tugemon. Tut mir leid, ich muss einfach Schluss machen, obwohl du nicht bei der Katzin warst. So, können wir es noch bewegen. Wichtig und richtig. Und wir haben die Bewegungsanzahl noch nicht erhöht. Ähm, wer konnte sich denn schlecht bewegen? Wir machen das mal bei... ...unser Mad-Verschnitt. Wissen, ob ich gerade vergessen habe. Kaito. Kaito-Kit. Bin ich mal gespannt, was da für Ultra- und Mega-Entwicklungen kommen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Monster Emon bleibt da hinten einfach stehen. Oh, war das ein AOE? Ja gut, der Ruhumon. Ich will jetzt nicht sagen, dass du in der Klemme steckst. Aber du steckst in der Klemme. Das wird ein geiler Moshpit. Erf-Rung ist aufgeregt geschaltet. Garumon geklatscht. So, die Kiste nehmen wir mit. Kometenhammer. Okay. Ganz seltsame Stimme von Jelmon. Aber ey, okay. Es kommt noch die Gottsamon dran. Das sah nach Aua aus. Oh ja. Oh ja. Gut. Die Kiste will ich auch noch mitnehmen. Da muss er sich jetzt leider drum kümmern. Aber er kommt ja schnell nach. Ein Pflaster. Cool. Wie, warte, was? Togemon respawnt? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was macht er denn? Oh, er bufft die. Kleiner, mieser Teddybär. So, Graumon kommt ein bisschen langsamer hinterher. Und den Steine rösten wir erstmal. Jakobs Krönung hier. Angriff macht weniger. Das ist sinnig. Erst schmelzen, dann Schockfrosten. Also, ja, fast Schockfrosten. Also, kühlen. Also, ins Wasser wäre... Wir sind hier bei einem Schmied, ne? Wir hämmern hier uns dann... Wir hämmern hier den Stein zurecht. Genauso sieht's aus. Sollte jetzt nicht zu viel Schaden machen. Das ist in Ordnung. Von vorne noch weniger. Obwohl er ein Sturmhangel... Ja, macht genauso viel wie vorher. Machen wir ein bisschen Angst jetzt noch mal zu Emon. Ich habe das Gefühl, der klatscht gleich richtig. Wir ignorieren jetzt einfach mal... Warte mal. Äh, mach mal anders. Wir ignorieren jetzt einfach mal das Togemon. Kann ich von hier aus... Vielleicht... Eilen. Der TP war... Genau. Ach, bei allen dreien gleich. Juhu, okay. Nimm ich. Was macht er denn jetzt? Oh, wenn kein... Digimon... Also, kann er sich das aussuchen? Oder darf keiner in seiner Reichweite sein, damit das... Warte mal, wer ist denn jetzt alles dran? Graulmon, Tyrannomon, Shellmon. Theoretisch kann ich mit ihm schon mal... In eine Monster-Emon-Angriffsposition gehen. Graulmon bewegen wir uns mal zur Seite. Das Problem ist... Wenn ich hier hingehe, kriegt Tyrannomon als Erster auf die Fresse. Aber das riskiere ich jetzt einfach mal. In dem Stein gebe ich noch mal eine schöne Röst... Kreabung. Ich hab's lieber, dass mich das Gott zum Morgen gleich von hinten angreift. Als... Monster-Emon. Das ist, glaube ich, ein bisschen verständlich, ne? Reicht der normale Angriff? Der reicht. Kratzer! So, und dann drehen wir uns bitte um. Danke. Wie gesagt, lieber ist es mir, dass es Gott zum Morgen mich von hinten angreift, als Monster-Emon. Ich glaube, dann würde es ziebig, 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 ziebig wehtun. So. Dann sollte jetzt die Atrimon... ...das Gott zum Morgen platt machen. Das sieht gut aus. Und der Rest kann sich jetzt auf Monster-Emon stürzen. Auf die Gurken, auf die Schurken! Ah! Huh! Ah! Aua! Ah! 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 Uh! 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 Das hat weh! Das hat gezwiebelt! Das war ich, glaube ich, noch nicht mal richtig von der Seite. Was? You fucking kidding me. Moshpit. Ich kann ihn gar nicht angreifen von hier. Moshpit. Ich meine, wir haben genug, die gehen. Wenn einer den Löffel abgibt, bösert sich so schlimm, glaube ich. Wie weit war noch? Drei. Eins, zwei, drei. Das würde prinzipiell so reichen, oder? Nee, weil drei sich auch auf das Feld selber bezieht, wo... Ich komme hier aber sonst nicht ran. Ah, mei. Solange das jetzt kein AOE war, ist alles fein. Wenn die Liebe sagt, kein AOE ist, habe ich ein Problem. Aber es sollte Single Target gewesen sein. Gut, ähm, damit müssen wir jetzt erstmal leben. Das Togemon kommt näher. Bis dahin sollten wir mit Monster Emon aber hoffentlich fertig sein. Ähm, theoretisch kann ich ihn nach vorne bewegen. Und jetzt sind erstmal alle anderen dran. Wenn da ein Crit dabei sein sollte bei irgendeiner Attacke, wäre ich sehr zufrieden damit. Ich kann mich nicht an seine Seite, ne? Schade. Er muss was Frontal machen. Ich bin bereit, ich dessen mit allen auf. Flo! Einen wunderschönen guten Morgen, I guess. Hi Flo, wie geht's dir? Willkommen, willkommen. Ich hoffe, es ist alles Roger in Kambodscha. Du. Scheiße, wir brauchen tatsächlich noch eine Runde. Das ist ziemlich belastend. Also Tyrannomon wird dann gleich sterben. Ups. Oh, es reicht nicht. Das reicht nicht. Oh, es reicht aber, um den Kampf zu beenden. Okay, man sollte Monster Emon als letztes besiegen, glaube ich. Monster Emon maltretiert. Ich finde es schön, dass die Errungenschaften alles Alliteration sind. Ich liebe es. Ja, wir haben Monster Emon besiegt. Die, 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 die. Wir haben einen Monster Emon gefangen. Moment. Hä? Achso, wir müssen doch Togobot besiegen. Nadel, Feuer! Das reicht leider nicht. Oh, vor allem, weil uns langsames Mana ausgeht. Und Knockback. Not schlecht. Gigi. Gigi. So, und dann kommt die Energie schon. Nice. Togomon ist als nächstes dran. Upsi. Das könnte wehtun. Ja, also ein bisschen Schwut ist immer. Da müssen wir uns demnächst mal eine andere Strategie überlegen, to be honest. Sind jetzt aber auch drei starke Gegner auf einmal. Oh, das reicht. Höh. Höh. Das war jetzt ein bisschen antiklimatisch, das Ende. Ich habe immer das Gefühl, dass wir unterlevelt sind. Nur so ein Gefühl. Ja, war. Haben gestern bis drei Uhr die Dissertation meines Bruders korrigiert, weswegen ich gerade zu einem Roppelsbeben aufwache. Aufwache. Sehr schön. Doktor der Agrarökonomie in Richtung Nutzung und Entwicklung der Biomethanindustrie. Okay. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, magischer Mann. Kometenhammer. Was macht denn der? Fügt Erdschutze. Kometenmer. Kometenmer. Wie ist das? Oder ist der? Was macht denn mit drei Uhr die Dissertation meines Bruders? Überwache. Vielen Dank.